Hallo, ich bin Frauke Ludowig. Ich bin Journalistin und ich bin natürlich schon beruflich sehr viel unterwegs mit dem Flugzeug, aber auch mit dem Auto. Und ich gebe zu, es ist auch für mich total verlockend, ans Telefon zu gehen, wenn es klingelt während der Fahrt oder mal eine SMS oder eine WhatsApp zu schreiben. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde das nicht mehr tun. Es ist gefährlich und ich bin ganz, ganz gern Teil der Be Smart Kampagne, weil ich finde, dass Telefonieren, Tippen, Mailen einfach nicht zum Autofahren passen. So, und deshalb mache ich das Handy jetzt auch aus, weil ich muss jetzt losfahren. Also, tschüss, bis bald, eure Frauke.